Hab ich vielleicht ein Chip im Arsch? Ist sicher eine Frage, die sich so mancher stellen könnte, dieser Tage. Da war doch mal am Hinterteil so ein kleiner roter Fleck. Was war denn das? Wie gibt's denn das? Auf einmal war der weg. Werde ich längst von weiß Gott wem per GPS bewacht, vielleicht hat mir der Doktor den Chip hineingemacht bei der letzten Grippeimpfung. Geholfen hat die nicht, ich hatte Schnupfen, Husten und Posteln im Gesicht. Jetzt kriege ich eine Karte vor dem Zahnarzttermin, wahrscheinlich nur ein Check. Weg oder die Chip-Batterie ist hin. Da wird die ausgewechselt, ich spüre es nur nicht, kein Wunder, denn er bohrt im Zahn und fummelt im Gesicht. Ganz sicher ist, wenn das so wäre, dann würden wir es nicht wissen. Dann bleibt's auch nicht bei einem Chip. Alle wollen alles wissen. Im linken Arm die SPD, im Ohr die CDU, der grüne Chip am linken Bein und alle hören zu. Die FDP ist hinten dran und klemmt noch ein paar Wanzen. Bei jedem Kind im Pausenhof mitten an den Ranzen. Die Rechten, reichlich einfallslos, sind nicht schwer zu entdecken. Da weiß doch jeder, wenn er will, wo diese Kerle stecken. Und doch, wer weiß, was fröhlich klingt, wird schnell Realität. Und wenn ich dann erst nachdenke, dann ist es schon zu spät. Darum bin ich für Montags-Demos und für Ostermarsch, für meine freie Meinung und nicht für Chip im Arsch. Servus, bis mit der Horst. Ja, ist denn schon wieder Gedicht?